Denn der Krieg ist oft die einzige Alternative, wenn es sonst keine andere Lösung mehr gibt, wäre es schön, wenn's oft anders verliebt, und man die Schuld nicht immer dem Anderen zuschießt. Wir liebten gern in Frieden und Harmonie, doch die Umstände rauben es uns nie. Wird man von anderen Staaten terrorisiert, und ein Dialog nicht mehr funktioniert, da muss man zu gewandten, denn doch, wenn man's nicht will, denn der Krieg bleibt niemals still. Wir liebten gern in Frieden und Harmonie, doch die Umstände rauben es uns nie. Du sagst, ist alles eine Lüge, Chancen gibt es zu den Kriegern. Wenn man wirklich Frieden will, legt man selbst nicht sterben auf den Schienen. Jeder glaubt, er ist besser, wenn er seine Stärken immer friert. Man kämpft auch im Lande und im Gewässer, das Miteinander reden, wird erst gut und ausprobiert. Was versteht ihr Flammelschmuck von Politik? Euch interessiert dann nie nur der Sieg, den Tag können wir an alle erledigen, da ins Vierter Ruf und zurückkehrt zu euch mädigen. Jetzt geht das Trafische wieder los. Hättest du den Erdenbein von dem Stück dir angesehen, möchtest du jetzt mehr verstehen? Wir stellen euch vor die Wahl. Krieg oder Liebe?